Viele Videofilmer und auch V-Logger drehen ja heutzutage ihre Videos mit einem Smartphone. Heute stelle ich euch eine Weltneuheit vor. Ein Wireless-Mikrofon für Smartphones, Tablets und auch Windows-PC. Ich kenne es selber noch nicht und so wollen wir es zusammen einmal kennenlernen und auch ausprobieren. Herzlich willkommen bei Holgers Videotreff. Schön, dass du reinschaust. Das brandneue Fifine Wireless-Lavalier-Mikrofon gibt es derzeit bei AliExpress. So, ich habe es dann bestellt und in Euro per PayPal bezahlt. Nach ca. 10 Tagen hat es die Post geliefert. Das Mikrofon-Set kam gut verpackt an. Schauen wir uns mal an, was zum Lieferumfang gehört. Obenauf liegt eine englischsprachige Bedienungsanleitung, die alles Wissenswerte gut erklärt. Das Mikrofon ist komplett aus Kunststoff gefertigt und hat an der Unterseite einen drehbaren Clip zur Befestigung. Dann der Bluetooth-Empfänger mit USB-C-Anschluss. Ein USB-C-Ladekabel und ein Säckchen für alles zum Transport. Das Ganze macht einen einfachen, aber gut verarbeiteten Eindruck. Der Akku im Mikrofon wird hinten per USB-C aufgeladen. Wenn er voll aufgeladen ist, ist die LED grün. Am USB-Anschluss kann man auch einen Kopfhörer zur Tonkontrolle anschließen. An der Seite wird das Mikrofon eingeschaltet. Eine stetig blau blinkende LED zeigt an, dass es eingeschaltet wurde. Bei schwachem Ladestand würde sie rot blinken. Das Mikrofon hat eine Kugelkopf-Charakteristik. Es nimmt also alles auf, was es kriegen kann. Muss daher aber auch nicht immer ganz genau auf die Tonquelle ausgerichtet sein. Es hat einen Frequenzgang von 50.000 bis 15.000 Hertz. Der Bluetooth-Empfänger wird einfach nur ans Aufnahmegerät am USB-C-Anschluss angesteckt. Es muss nichts installiert werden. Also einfach Plug & Play für Android, iOS mit Lighting-Converter und Windows-PC. Auch hier gibt es einen USB-C-Anschluss. Dieser ersetzt den jetzt belegten Anschluss am Aufnahmegerät. Hier kann man also auch noch ein Powerpack andocken, falls erforderlich. Zunächst blinkt die LED blau. Erst wenn sie immer blau ist, ist das Mikrofon einsatzbereit. Als ich das Gadget an meinem Samsung S8 testen wollte, habe ich festgestellt, dass dort der Ton nicht aufgenommen wurde, obwohl das Mikrofon erkannt wurde. Wahrscheinlich deshalb, weil ein externes Mikrofon nicht am USB-Anschluss, sondern nur am Klinkenanschluss angeschlossen werden kann. Deshalb ein Test mit einem etwas anderen Smartphone. Hier dem S10. Da klappt es. Also Zeit für eine Testaufnahme. So, und das ist jetzt mal eine Testaufnahme mit dem eingebauten Mikrofon hier im Smartphone. Der Abstand zum Smartphone ist ungefähr 1,20 Meter und ich spreche ganz normal laut in Zimmerlautstärke. Und jetzt wollen wir einmal gucken, wie sich das mit dem Wireless-Mikrofon anhört. Die Reichweite der Bluetooth-Übertragung beträgt bis zu 14 Meter. Etwas zu klein und kurz finde ich den Befestigungsklip. Er hält nur wirklich gut an einem T-Shirt oder Hemd. Übrigens wurden alle Tonaufnahmen mit diesem Mikrofon aufgenommen. So, wieder derselbe Abstand. Kann man hier sehen. Armlängentest. Und dieses Mal ist dieses Vielfine Wireless-Mikrofon in Betrieb. Und ich spreche wieder genauso laut wie vorhin und ich bin mal gespannt, ob der Ton jetzt besser ist und ob man den wesentlich besser verstehen kann als vorher nur mit dem eingebauten Mikrofon. Drückt man den Ein-Ausschalter nur kurz, so wird das Mikrofon stumm geschaltet. Dann ist die LED immer rot. Klein und handlich ist das Vielfine Wireless-Mikrofon. So kann man es einfach mitnehmen und hat es für Statements und auch Aufsager schnell zur Hand. Übrigens, bei voll aufgeladenem Akku kann man es bis zu 5 Stunden nutzen. Und bevor ich es vergesse, es kostet unter 30 Euro. Das geht doch, oder? Das war's für heute. Ich bedanke mich für's Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Untertitelung. BR 2018